mach ich mal schnell hier so solche Dinge so ging das also geht es hier so nach oben ein bisschen da kann man hier nach oben steigen und dann reißt sich nachher die Treppe wieder runter die wieder hingebaut haben das sind die Slabs müssen wir gleich noch mehr holen denke ich das reicht nirgends mit hin so 1 2 3 ja klar noch ein Fehler so kurz bevor man fertig ist so und jetzt muss ich noch ein paar holen ein paar Slabs Koppels haben wir noch so gleich wieder 42 sollte reichen dann sind wir wirklich safe wenn wir die Fenster noch geschlossen haben 3 1 2 3 1 2 3 1 2 oh der hier noch weg so 1 2 3 und ich weiss es läuft die Tagplaylist aber naja was solls ist mir im Moment egal gefällt mir sowieso bis besser gut jetzt eben wie gesagt hier im Balkon ne ja gehen wir eigentlich ja komm das machen wir im Balkon da können wir auch richtiges Glas noch verwenden nicht nur diese 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 dünnen Gläser haben wir jetzt hier drin genau und da haben wir noch die dünnen Gläser und die Tür haben wir schliesslich auch zu viel gemacht jetzt machen wir gleich noch eine Tür weil wir so fröhlich sind so die tue ich jetzt mal da hin und da hin oh und jetzt genau noch äh noch Stick ist ein paar jetzt machen wir den hier oh das gibt erst 4 Zäune das das reicht glaube ich nicht ganz so machen wir ein paar mehr so 14 Zäune das reicht vielleicht reicht das schon eh gut wieder rauf und dann äh zäunen wir uns da mal was zurecht 7,6 4,3,2,1 ja toll auf 1 hat es nicht gereicht ok dann äh geht es natürlich genau nicht auf aber jetzt habe ich eine Tür jetzt zu viel gemacht war ja klar ist ja wurscht machen wir so und dann kommt hier oder warte mal komm ich mache die Tür hier rein einfach damit es die muss ja nicht schön in der Mitte stehen so äh und dann das Glas habe ich noch 7 Stück wo wir hier und da und da auch so ach Mist haben wir jetzt kein Glas mehr ok schnell wieder ein bisschen Glas hinzaubern so mal 1,2,3,4 4 so sonst haben wir kein Glas ne nö dann müssen wir wohl warten und äh Holz haben wir aber noch ne wir haben auch nicht mehr viel ja der Boden muss ja auch noch rein und da braucht es auch noch eine Menge Holz fange ich gleich mal an hier 35 Stück Holz das sollte sollte schon ein bisschen reichen sonst im Notfall noch die Slabs nehmen nein nehmen wir nicht das ist ein bisschen zu schade dieses Lied gehört eigentlich in die Nacht Playlist ist mir letztes Mal aufgefallen aber naja jetzt ist es halt in der Tag Playlist und läuft in der Nacht wenn eigentlich die Tag Playlist eingeschaltet sein sollte was soll's so haben wir das Holz auch verbraucht hier haben wir ein bisschen Glas gesammelt machen wir mal schnell diese diese Gläser hier 16 Stück das reicht schon mal ein bisschen und dann ach Mensch jetzt hab ich kein Holz mehr komm jetzt machen wir den hier äh da ist ein Zweierfenster da können wir auch ein Zweierfenster machen so und hier ein Zweierfenster und dann machen wir hier so zwei Dings und hier auch so und dann hier noch ein Zweierfenster und da noch ein Zweierfenster so da haben wir jetzt den oberen Stockwerk auch schon das obere Stockwerk auch schon gemacht so nehmen wir diese Fackel weg und tun die stattdessen hier hin ist ein bisschen ausgeleuchtet und da können wir weil wir so fröhlich sind hier noch eine und da noch eine drauf sitzen so Hilfe 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 ich bin nicht ich bin nicht du dreckige kleine Sau du Dankeschön so ein Fehlend wir können angeln gehen juhu ich liebe Angeln ne ein Bett brauchen bestimmt noch das heisst wir können dann mal Schafe aussuchen Schafe haben wir schon Schafe gesehen ich weiss das gar nicht ich kann mir gut vorstellen dass es da drüben Schafe haben könnte so sonst bestimmt da drüben so oder auch da auf einer Wiese natürlich Jo es wird eh gleich Tag dann gehen wir schnell Schafe holen was ich auch noch rasch mache ist natürlich das Eisen in den das Eisen in den Ofen schmeissen nicht das viele Glas sondern hier das Eisen rein so bereits jetzt sieht man dass wir bestimmt noch grössere Truhen brauchen die Setzlinge noch rein den Apfel dann ist da schon alles drinnen und dann wenn wir zwei Eisenbarn haben machen wir jetzt mal schnell eine Schere und suchen uns schnell ein Schaf auf mehr als eins brauchen wir eigentlich gar nicht Schwert in die Hand das reicht nicht mehr lange hin ich mach mal schnell ein neues Schwert Sticky ist ähm Koblis so machen wir jetzt ein neues Schwert und dann suchen wir uns äh Hallo Spini so kein Creeper kein Creeper alles klar gut suchen wir uns schnell ein Schaf damit wir ein Bett haben damit wir nicht mehr die Nacht durcharbeiten müssen ach wie schön wieder mal dieser Morgen kein Wölkchen am Himmel habe ich übrigens ausgeschaltet aus welchem Grund äh das wäre denn der Let's Show Welt im Let's Show Welt hat das so hohe Sache sag ich jetzt mal so hohe Gebäude dass die sonst in den Wolken verschwinden und mit diesem Shaders Mod dann sind die Gebäude dann sieht man die nicht ah jetzt kommt es vorhin dann sieht man die nicht mal so wenig die sind dann wirklich ganz weg so dass viele Kühe aber ein Schaub sich jetzt nicht was das hier uh wo cool Monsterladen würde ich mal sagen wartet mal schnell nun muss ich jetzt wirklich das das passt jetzt definitiv nicht mehr und das und das da haben wir einen Creeper aber sonst ist kein Monster gespawnt oder wie äh unser Haus ist da drüben ne glaub ich älter ihr blitzt ja überall hin ey ähm eigentlich bin ich auf der Suche nach einem Schaf ne auf der Suche nach Schafen oh mein Gott ne ganze Creeper Armee da drüben was zum ein Skelett mit Rüstung ok krieg ich denn was ab von der Rüstung wenn ich jetzt das Skelett umlege schade ich hab' ich den Pferden Bogen nicht dabei das wär' jetzt nicht schlecht gewesen du triffst mich nicht du triffst mich nicht stirb Kartoffel ok das hält jetzt wahrscheinlich länger so tot ist es hat was fallen gelassen ne hat's nicht hauptsache ne Rüstung an aber es gibt uns nichts davon ab guck oh ne hat er mich gesehen hat er mich gesehen der Creeper ich brauch Schafe keine Kühe Mann ich will nicht ins Schneebion ich geh jetzt erstmal da hinten auf die Wiese vielleicht gibt's ja da Schafen Regen hör auf es reicht ne riesen Erdspalte hier da müssen wir unbedingt runter gehen na später dann im Moment noch nicht aber ganz bestimmt Alter ein Skelett mit Goldrüstung eh die wollen mich doch verarschen und fallen lassen tun ja doch nichts eh das ist doch ungerecht oh ne nein jetzt hat's mich gesehen dann die Stilbz beide zusammen oh 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 fuu scheiße oh oh ich bin hier am verrecken und ich greife Skelette an oh er macht ein Duell super wer gewinnt ah daneben geschossen oh Mist ob jetzt ist es ja ja schiesst doch die Kuh runter und nicht nein 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 warte mal wo war es das schon wieder wo war es das schon wieder oh du scheiße boah ich schaff's mich mal nicht aufzupassen ey jetzt muss ich gleich hier gewesen sein ach da drüben felsen der Woll mit den Schuhen anbietig schlau ach ein Schlag und dann tot ok Level 6 haben wir jetzt noch das geht ja noch Alter mit was greifst du mich denn hier an mit ne das ist meine Schere mit ne das greifst du mich mit meiner eigenen Schere ane hallo das ist meine Schere oh Mann stirb doch endlich so nein jetzt hat er mich hat er mich einfach die Schere geklaut so ist sonst noch irgendwo was habe ich jetzt alles eingesammelt da liegt noch ein Ei ach ich hab die Schere alles klar Level 6 habe ich immerhin noch behalten ok ok gut aber auch das Goldskelet hat mich nichts fallen gelassen allein gar nichts ok ok also wie gesagt ich geh jetzt mal auf die Wiese rüber scheiss Monster überall eh hör auf zu regnen da komm schon den Zombie herangescheissert gescheissert ah schön so jetzt sinds nase kalte äh nass scheisse das zu verschissen ey ja genau das wollte ich auch grad sagen kaboom da ich bin der Weg sie drecks Spindy stirb gut nicht nein 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 ich kann den gebrauchen nein nein gebschen wie es gibt es nicht nicht verfliegt ich muss mich sagen, ich muss mir Gase uren Alter, das gibt's doch nicht, ey Könnt ihr endlich mal in Ruhe lassen, dieser scheiß Monster Ich warte jetzt hier, bis sie weg sind, ja, ist mir egal Ich will mal in Ruhe Oh Sieht nicht gut aus da draußen Warte mal, jetzt kann ich da Oh, ne, kann ich nicht Äh, dann mach ich das so Oh Hä, das war doch ein Creeper vorhin Oh 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 Oh